moin zuckerfreunde willkommen zu einer neuen folge super mario 3d world wir versuchen weiterhin den 100 prozent run ja hallo tristan hallo und mal gucken holen wir erstmal den stempel da links wir fangen langsam an wollte ich gerade mal sagen den brauchen wir noch ich zeige jetzt erstmal unseren sprungskill wir hätten nicht springen vorbei diesmal nicht und uns fehlen noch wenn ich jetzt richtig gezählt habe zwölf stempel was fotografisches gedächtnis oder ich habe in etwa gezählt auf einer seite waren sechs und auf die andere seite waren sechs ein fotografisches gedächtnis wäre schön aber andere die jetzt das video sowieso anhalten können jetzt sagen ob es richtig war oder nicht ob ich richtig gezählt habe kann ja sein dass ich etwas verpennt habe entschuldige 40 oder summen ich warte noch mal eben hier dass das wasser wieder hoch geht aber hier ist nichts ne 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 oh wir haben leben wir sind jetzt bei 992 ich mal gucken mal hier ist der stempel dem stempel dieses spiel manchmal man kennt schön zwei pilz sein ich hole mir das gleich ich will mal eben hier schon mal guck mal machen wir einfacher ich bin schneller als das wasser aber wir müssen hier warten das ist eine gute frage muss sich da hoch katapultieren ich habe ne idee wie ok oh wenn das spiel jetzt nicht anfangen würden zu ruckeln och man hör mal auf damit das ist ja stressig merkst du was ich will hier nämlich gegen die wand aber wenn es ruckelt brauche ich das ja nicht probieren man komm schon peach du dicke stück du musst raus babbeln sonst äh ich glaub das macht mein ich weiß dass es mit dem tanuki ganz gut geht ne man ey wieso braucht man für manche sterne einfach irgendwelche items ich find so random müll warte ach peach du bist so ein stück scheiße vielleicht kann ich dich ein bisschen hoch katapultieren ich glaube das wird nichts so ich glaube das wird nichts so nein peach man du dummes stück ich hasse peach ok ich lasse es holen wir uns die katze warte ich will es auch noch mal probieren ich kann es dir gern aber ich glaube das wird gar nichts ich glaube das wird gar nichts oder das wird was ja das kann sowas nicht endlich mal skill ja sowas kann ich nicht das ist für mich richtig ab Müll vielleicht ist peach du gar nichts dafür gemacht so ich spreng ok ich lenke nur mit wenn das ist hm 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 also ich glaube hier war nix stern oder so wow blessi dafür bist du da gewesen ist egal hat sich nett gemacht warte 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 hier ja da kommst du jetzt mit wenn ich schon da steh okay ich glaub da ist nie das hoffe ich mal warte 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 die kriegt man hier nicht umsonst Oder? Mach mal. Nee, da ist nix. Bubble. Hier musste irgendwo noch was sein. Das kann nicht alles sein. So jedenfalls nicht. Okay, dann probier ich's mal. Warte kurz, warte, warte, warte. Okay, gut. Bleib mir am Ball. So, dann können wir das mal ausprobieren. Mhm, doch. Sehr gut gesehen. Oder vermutet. Ne, da wir jetzt den zweiten Stern haben, finde ich das ja nicht. Meinst du? Ja, okay, könntest recht haben. Gut, dass ich gebabbelt wurde. Oder auch nicht. Ich hab schon gesehen, wo am Ende da gab's ne Plattform, wo wir hochkommen. Ja? Mhm. Hier haben wir jetzt natürlich übersprungen. Was? Da hinter. Ich dachte, hier am Ende. Mhm. Och, nö. Wieso ist denn das immer hinter dem Ziel? Das war hinter dem Ziel? Mhm. Ach so, ich dachte, du bist ja extra raufgesprungen. Das sah so aus, als wenn das... Nee, ich hab's da eben gesehen. Hinter dem Ziel war so ein komischer Gang. Oh, ist das belastend. Warum springst du denn da ran? Ich bin dir einfach hinterher gesprungen. Ja, ich hab's vorher nicht gesehen. Ich hab's erst jetzt gesehen. Ich dachte vorher nämlich vor der Röhre, dass wir dort nach oben müssen. Aber dass das hinter der Röhre ist, wusste ich nicht. Herrlich. Das Pilzhaus können wir aber da lassen. Nochmal. Warte mal kurz. Was? Deswegen meinte ich das. Es glitzert. Es glitzert hier, meintest du. Okay, alles klar. Wolkenlevel. Als ob. Aber hinter dem Level war da auch noch was. Müssen wir gleich mal am Ende gucken. Denkt dran, wir müssen alle killen. Oder auch nicht. Alles gut. Du hast das schon. Ich dachte man muss alle killen. Der Tod läuft halt schneller. Das ist das Problem. So, du sagst dahinter war auch noch was. Mhm. Ich guck jetzt mal eben. Rechter dann. Leben. Wow. So, wir hatten ja schon 100%, ne? Ja. Na gut, du holst sie nochmal. Ja. Zuvervollständigung. Easy. Meow. So. Jetzt geht's weiter mit dem Geister-Castle. Das ist cool. Das Ding. Da war ich auch schon. Hey, ich dachte du warst. Ich war gar nicht so weit. Wollte ich grad sagen. Weil ich dann das Geisterhaus gesehen hab. Aber meine Frau und ich haben ja auch nicht alle Level gemacht. Weil wir ja nicht 100% wollen. Ah, ja gut. Deswegen kenn ich einige Level ja auch nicht. Oh, hier ist ein Lämpchen. Wow. Warte, ich muss jetzt mal das Lämpchen bekommen. Oh, sorry. Oh, gut, dass ich das noch gesehen hab. Die platzen ja, wenn man Licht ins Gesicht macht. Ja. Einige, ja. Oh nein, Luigi Schalter. Willst du mich rollen? Und. Und. Und Luigi. Ja. Mach ich in der nächsten. Runde dann. Ne? Oh, wow. Mehr kommt hier nicht? Ah. Ah. Äh. Spiel. Oh. 4 zu 4. Spiel führt Spiel, mein ich. Die armen Geister. Ach, das klingt auch ätzend hier. Sehr gut. Betcoins. 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 die Dings. Also einen weiß ich. Den haben wir zwar nie geholt, aber ich habe ihn gesehen. Wird der Arno bei Luigi sein. Lol. Ja, aber uns fehlt ja immer noch der Stempel. Da. Ne, Stempel ist ja von Luigi bestimmt. Guck mal, da rechts. Da rechts müssen wir rauf springen. Was? Da rechts. Ja, stimmt. Und ne Tür ist da auch noch. Verdammt, ihr kriegt die nicht. Du musstet. Ah, dafür kommen wir hier hin. Gehen wir mal unten lang. Okay. Ja, schön, dass du die richtige wählst. Typisch. Ich wusste ja auch schon welche das ist. Wow. Cheater, ey. Ne. Oh, du hast keine Lampe mehr. Ne. Nur noch du bist Lampen, Mann. Oh nein. Ja, nun haben wir keine Lampe mehr. Oh nein. Oh nein. Und du bewegst dich auch nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Ich bin Schockstarre. Mhm. Ich bin im Geisterstarre, ja. Ja. Nice. Ja, ne? Ich bin froh, dass ich bis jetzt immer noch meine Katze habe. Verdammt. Ich konnte nicht wiederkommen. Jetzt. Auch nicht. Ich dachte, ich hätte meinen Schatten gesehen. Ha. Nice. Bring da bloß gegen. Schnell, schnell, schnell. Boah. Na, das hat ja lange gedauert. Nein. 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 Das schaffst du, ne? Nein. Kurz vorm Stern verreckt. Ja, das war von mir. Oh, nö, ne? Mhm. Und das Spiel leckt in diesem Moment, Alter. Das kann doch nicht angehen. Das Spiel ist so tödlich. So. Ja. Warum? Da ist auch der letzte Stern. Ach. Fehlt nur noch der Stempel. Der Luigi Stempel. Den Stempel. Mhm. Mhm. Easy, Leute. Ach, waren ja nur 10 Minuten oder wo. So. War nicht mein Skill. So, dann kannst du dir gleich mal Luigi holen und dann gehen wir nochmal ins frische Level rein. Um den letzten. Nochmal? Hä? B drücken, glaube ich, ne? Ja. B drücken, glaube ich, ne? Ja. Und? Total. Wir können jetzt weitermachen mit der Dickenröhre. Ach, ich weiß, was da ist. Ich noch nicht. Das schaffen wir nicht mehr diese Folge. Das sag ich dir so. Wieso? Ja, easy. Das schaffen wir. Glaub an uns. Krallen raus im Krallenhaus. Äh, im Rätselhaus. Komm. Ich vertraue uns, dass wir das hinkriegen. Ja. Du läufst bei uns. Du schaffst das, ne? Alter, noch knapper ging es nicht. Warte mal kurz. Okay, warum geht es denn hier so weit hoch? Hm. So, nächstes. Mann, ey. Er will die alle jetzt noch machen. Das kann nicht sein. Ja, na klar. Ey, so viele sind das ja, ne? Guck mal, das sind immer nur 10 Sekunden, ja? Außer wir verkacken hier, ne? Dann ist es mehr. Also, ich finde... Ich finde ich wenigstens ein Fragezeichen. Ich kriege wenigstens irgendwas geschissen. Sag mal, ey, was ist denn los mit mir? Du hast Luigi gespielt. Du bist jetzt raus aus dem Spiel. Ja, völlig raus. Deswegen gibt es das nochmal. Ah. Du schaffst das? Alter, war nur noch ganz knapp, ne? Alter, werden die Schüler jetzt schwieriger, oder was? Wahrscheinlich. Dann kommt jetzt nicht nach rechts, ne? Ja. Ey. Ey. Ich bin zu hoch. Ey, das ist unglaublich. Ich höre auf. Controller aus. Nerven. Anstatt zu schlagen, springe ich an die Wand. Alter, wie blöde muss man denn sein? Komm, 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 komm. Gold. Ich wäre wenigstens hochgekommen. Komm, komm, komm. Verdammt. Alter! Hör auf! Alter. Du hast dich gerne eine Runde gesehen. Junge, hör auf damit, mein Herz. Ach du Scheiße. Alter, verdammt. Du musst es. Alter, er hat es nicht geschafft. Er hat es geschafft in der 0. Sekunde. Alter. Junge. Gut. Easy gemacht, ne? Da haben wir die 10 Sterne easy zum Ende des Parts geschafft. 10 Sterne in einem durchgezogen. Ja easy, dafür kann man doch mal ein Däumchen nach oben da lassen. Eben, liebe Leute. Und im nächsten Part dann geht es weiter. Ah, mit den 100%, ne? Würde ich sagen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr habt ja gehört, Like dalassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Könnt ihr auch mal ein paar Kommentare schreiben, da freuen wir uns auch immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und ciao.